Hallo und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wie ihr sicherlich in den letzten Tagen gemerkt habt, habe ich keine Videos veröffentlicht. Das liegt nicht daran, dass ich euch vergessen hätte, dass ich keine Lust mehr hätte oder was auch immer. Nein, es liegt an technischen Problemen, die ich gehabt habe. Ich werde mich ab heute wieder dran machen. Ich werde heute noch ein Video hochladen und veröffentlichen und dann wird es wie gehabt weitergehen. Also es gab nur eine kleine technische Neuerunzulänglichkeit, die dafür gesorgt hat, dass ich keine Videos hochladen und veröffentlichen konnte. Ja, dann war es das auch schon. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!